und wieder ein offensiv rebound also da geht es dran zu arbeiten und das ist klasse gespielt alle hoop auf rudy fernandes von sergio rodriguez muss man anerkennen traumkorb der spanier jetzt wird bitter für die deutsch und 40 live zum auftrag der em und das war der korb des spiels rodriguez auf rudy fernandes alle hoop rückwärts eingeflogen und